Bisschen ruckelig zwischendurch habe ich das Gefühl, aber weniger als vorher habe ich das Gefühl. Okay. Das ist jetzt so meine subjektive Einschätzung. Okay. Aber ich meine, du könntest ja auch immer noch wahrscheinlich auf 30... Ne, warte, mit wie viel Frames streamst du jetzt? Mit 30? Ich habe gar nicht mehr... 30 Frames stream ich. Okay, das heißt, was du jetzt noch machen könntest, wäre in 720p streamen, richtig? Okay. Ja. Komm, hinter uns. Ja. Buma. Buma. Schön, das ist gut. Nicht die fremd, nicht weg. Boah, sind da viele. Ist das geilo. Guck mal, wir können darin baden jetzt, wie viele Zombies hier liegen. Body Bart. Body Bart. Ich auch so. Hä? Was ist los mit dir? Ich hab's. Ich bin.